Ok, ich kann den nicht speichern wegen dieser Siedlung, also werde ich die jetzt hier ausradieren. Okay, ich kann den nicht speichern wegen dieser Siedlung, also werde ich das hier ausradieren. Okay, ich kann den Siedlung, also werde ich das hier ausradieren. Okay, ich kann den Siedlung, also werde ich das hier ausradieren. Ich kann den Siedlung, also werde ich das hier ausradieren. Ich kann das hier ausradieren. Go take them 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ging mal schief. So, was besinnen wir jetzt? So, 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 flaxig und gut Da fehlt mir jetzt noch immer, wenn ich sterbe, dann komme ich zum blöden Feuer, wenn ich keine Munition mehr habe. Oh ja, Flax von der Ende. Ah, das ist mein ganzes Indua, nicht toll. Ah, das ist mein ganzes Indua, nicht toll. Ah, das ist mein ganzes Indua, nicht toll. Ah, das ist mein ganzes Indua. Mit einem Bow. Könntest du schon bauen, oder? Ach nee, zwei fehlen noch. Jetzt. Ah, das ist mein ganzes Indua. Ah, das ist mein ganzes Indua. Da? Uff! Ah, du sprichst. Also das trotzdem, ich gar不对, bei demensten Vergleich la zen Cthil school der do Cthil im Oh ja, sehr gut! Okay. Okay. So, have you ever killed a cow? You know, my wife was a leg three months ago. What brought you here? There have been many wolves here last night. Is anybody scared as I am? I've been a farmer just a couple of years ago. Have you ever killed a cow? Have you heard about the spraying gun in China every day? When I was 12, I made my first ball. We made a couple tomorrow. There have been many wolves here last night. There have been many wolves here last night. Is anybody scared as I am? I brought my fiddle. Want to listen? There was many boys here before. There were the days. There have been many wolves here last night. Have you heard about the train coming to town every two days? I brought my fiddle. Want to listen? I brought my fiddle. Want to listen? Hey, have your family stayed in front? I brought my stand. I brought my Wolo. I brought my fiddle. You're welcome. I took myarbons here. They were even leaving me, you're welcome. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe Glück gehabt, obwohl ich den entgeschossenen Pater wirklich zurückgeschossen habe. Ich bin gleich da. Ich muss schnell noch ein paar Pfeile herstellen. Das andere ist der Falsche. Vielen Dank. Wer will die nicht? 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 Wer will die nicht?